Also eine total vielfältige Sommertour heute in Saarland. Wir sind gestartet in der Bike-Manufaktur in Saarbrücken. Das war für mich eine sehr tolle Erfahrung, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben auf einem Chopper-Bike gesessen habe. Sehr bequem und noch dazu mit einem E-Antrieb und damit an der Saar entlang gefahren bin. Und ich kann es jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Wer ein Fahrrad-Made in Saarland haben möchte, muss das sehen. Das ist eine tolle Geschäftsidee und mehr solcher Geschäftsideen, solcher innovativen Projekte brauchen wir eben auch im Saarland. Das führt zu einem modernen und lebenswerten Land. Dann sind wir weitergefahren zu einem der größten und beachtetsten IT-Zentren in der Welt. Nämlich nach Schloss Dagstuhl in Wadern. Das wissen viele Saarländerinnen und Saarländer nicht, dass hier Spitzenforschung Made in Saarland betrieben wird. Und das ist weltweit einer der größten Anziehungspunkte innerhalb der Informatik. Sehr, sehr interessant. Und von dort ging es dann weiter hierher ins St. Wendler Land. Zunächst zum Bostalsee, wo mit dem Centerpark ein weiteres Ansiedlungsprojekt gelungen ist, neben der Seezeit-Lodge, die viele, viele Menschen Tag für Tag, Woche für Woche ins Saarland bringt und was unser Land zu einem touristischen Anziehungspunkt macht am Bostalsee. Und dann wurde es spannend und auch ein Stück weit anstrengend, denn ich habe mich hier mit einigen Laufgruppen aus dem Tholayer Raum getroffen und bin rund um den Schaumberg gejoggt und hinterher noch einen 400 Meter langen, aber sehr, sehr steilen Anstieg hoch auf das Schaumbergplateau, wo ich jetzt bin. Und nach einem kühlen, alkoholfreien Weizen geht es mir jetzt schon ein gutes Stück besser. Jetzt genieße ich noch ein bisschen das Gespräch mit den Menschen. Vielen Dank.